Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir möchten, wir sollen eine bestimmte Kapitänstanz aufführen. So, so hieß das. Einen Kapitänstanz aufführen. Und der geht folgendermaßen. Indem wir zum Beispiel eine Meierlöckkönigin umbringen. Aber, äh, ja. Ach so, warte mal, bist du schon unser Zeuge? Ich bin nicht gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Tatsächlich. Tatsächlich. Jo, und wir haben halt eine Waffe, die nicht sonderlich, ähm, stark ist, finde ich. Ach so. Das ist ja die, die Waffe, die wollte ich haben. Entschuldigung, ich hab die falsch ausgerüstet. Die wollte ich testen. Nicht die, die da. Die wird schon ein bisschen mehr Damage machen. Gut, ähm, ja, wir müssen da hinten, ich werd nochmal speichern, nochmal, das erste Mal speichern für heute. Ähm, ich werde hier ein Fleischstück reinschmeißen. Und dann wird ein Monster erscheinen, das wir besiegen müssen. So, und jetzt? Fleischstück. Geht das automatisch, oder? Einfach hier so jetzt Inventar, oder wie? Sonst nix schmeißen? Hinlegen? Na gut, äh, also Hilfsmittelchen. Was hätten wir denn da gegrillt? Sollen wir was gekochtes nehmen, oder eher was rohes? Eher was rohes dann, ne? Wir haben überhaupt was rohes mit. Haben wir überhaupt irgendwas rohes mit? Vielleicht von diesem Anglerfisch, da, da Anglerfleisch ablegen. Mit R. Nur ein Stück, bitte. Das müsste schon passen. So. Abgeschlossen. Und da kommen sie auch schon, die Gratler. Gott sei Dank. Na, den tun wir nicht erschießen. Der ist unser Zeuge, weißt du. Den tun wir nicht erschießen. Halt. Oh je, Madonna. Okay, äußer auf den Haxen. Gut, das geht gut. Ja, macht gar nicht wenig Damage. Ist okay. Wirf mehr Fleisch ins Wasser. Aha. Mehr Fleisch. Aha. Na gut. Dann würde ich sagen, sind wir hier richtig. Achso, an der Stelle vielleicht. Warte, bist du schon gelootet? Nein. Ja. Dann schmeißen wir halt mehr Fleisch ins Wasser, ne? Ähm. Ja. Wieder eins. Äh, falsche Taste. So. Was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt schon der König. Was mache ich denn da? Jetzt kommt schon der König. Ich glaube, da kommen viele Könige. Erste Könige ist erledigt. Ah, ich will Edda reparieren. Bitte schnell. Hat's jetzt hingehauen? Na, hat nicht. Edda! Hilf mir mal! Vor diesen Kratlern hier. Was? Danke, Edda. So, ich fürchte noch mehr, ne? Töte die Mayerloch-Königin. Was? Au. Aha. Da ist sie ja schon, die Gnädige. Oh mein Gott. Nachladen, ganz wichtig. Und sofort Simback. Ja, Mayerloch-Königin ist jetzt böse. Es ist auch eine legendäre. Und jetzt haben wir einen Schirm auf. Edda! Schnell, heile dich! Wow! Und Simback. Gott sei Dank habe ich das geskillt lassen. Und Edda wieder heilen. Attacke, Edda! Bam, 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 bam! Edda! Reparieren! Ich will die reparieren! Wieso geht das nicht? Kruze, fix! Alter, was? Ist da noch jemand, der mich haut? Babys! Natürlich Babys! Wir sterben, du Kackviech! Man hat super hingekaut. Wirklich, gratuliere. Wo ist denn jetzt schon wieder? Edda! Geht's jetzt wieder, bitte? Da ist die Königin. Da ist die Königin. Die Königin muss jetzt weg. Alter, die ist weg. Woop, 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 woop! Level up! Yeah! So, ich glaube, das war's. Das Meisterschützen gehärtet. Radium gewehrt. Die Zeit wird beim Zielen für einen Augenblick verlangsamt. Sehr gut. Nehmen wir alles mit, was die hat. Metallrüstung, Schöpfkelle. Ja, sie ist halt die Mutter, ne? Sie wollte gerade kochen. Das ist eindeutig. Bitte, du musst mir schleppen helfen. Ich hoffe, du kannst noch was schleppen. Äh, das ist leer. Das kannst du mal... Sie kann nichts mehr tragen. Das ist natürlich jetzt Kacke. Gnädige Frau, du kriegst ein paar Sachen zurück. Ah, weil bei mir alles hin ist. Drum bewegt auch die Tasche nicht. Ne, ist ja logisch. Ist logisch. Ist so logisch. Die kann er haben. Die ist Müll. Die kann er auch haben. Äh, und die Metallrüstung. So, jetzt haben wir's. Wo ist unser Zeuge? Der geht schon nach Hause, ne? Das bedeutet... Kehre zu Daddy Ride zurück. Nach Far Harbor. Dann gehen wir zurück, ne? Yeah. Haben wir's doch glatt geschafft. Und wir haben einen neuen Skillpunkt zum Vergeben. Das ist natürlich auch sehr fein. Den wir jetzt ja in die Rüstung vielleicht investieren könnten. Moment, muss ich mich kurz kratzen. Ähm, jo. Wäre vielleicht nicht so schlecht. Können wir, denke ich, machen. So. Irgendwie was mit Rüstung weiterbauen. Oder vielleicht Power-Rüstung. Irgend so was. In die Dichtung halt. Jo. Jo. Sind wir da? Geht schon, geht? Sehr, sehr, sehr gut. Die Waffe stecken wir wieder weg. Herr Onkel Doktor. Diese Holzköpfe, die ich jetzt nicht vertraue. Und zwar. Na ja. Drauf geschissen, nicht wahr? Jetzt sollten die Leute gesprächiger sein. Vielleicht haben sie sogar Arbeit für dich. Sprich mal mit Mitch. In Mars Plan. Danke. Brauchst du sonst noch was, Doc? Infos zum Job. Danke für die Hilfe. Äh, brauchst du sonst noch irgendwas? Oder? Danke für die Hilfe. Ach, brauchst du noch was? Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich brauche überhaupt nichts. Hier, bitte. Und wenn du Lust hast, misch dich unter die Leute. Ist schließlich deine Party. Danke. Drei Spitz des Käpt'ns erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Das ist ja fein. Ja. Die Zeiten sind hart. Aber dieses Festmahl beweist, dass wir die Dinge ändern können. Gut. Ich weiß, dass Festlandbewohner für alle möglichen Untaten verantwortlich sind. Aber das hier ist jemand ganz besonderes. Jemand, der den Kapitäts-Tanz überlebt hat. Ehrlich? Ich habe es gesehen. Was mich betrifft, ist sie also keine Festlandbewohnerin mehr. Sie ist eine von uns. Ja. Festlandbewohner. Hey. Ja. Yay. Wir sind toll. Dankeschön. Naja, wie geht's denn so? Handeln. Mich heilen. Kein Interesse. Mich heilen? Würde ich das hinkriegen? Also raus damit. Was plagt dich denn? Ähm. Keine Camp-Abhängigkeit. Strahlung heilen? Ja, das könnt ihr machen. Ich glaube, ich habe zu viel Strahlung abgekriegt. Strahlung ist sowas wie meine Spezialität. Fang wir an. Das ist schön. Oh, jetzt gibt's eine Spritze. Au. Ich. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Äh. Nö. Eigentlich Gesundheit wiederherstellen. Schauen wir das auch noch? 15. Ach. Ach, wir haben jetzt so viel zum Futtern. Ah. Du gehst schon. Das war jetzt aber nicht freundlich. Das war gar nicht freundlich. Also der Seefahrer, dem können wir helfen. Ich bin überladen. Ähm. Perfekt. Der Mund hat mich ein kleiner Handel wieder auf. Ja. Äh. Handel, bitte. Na klar. Ich muss Sachen loswerden. Vor allem Kleidungsstücke, wenn's irgendwas gibt, was wir nicht mehr brauchen. Ja, und meine Rüstung muss ich wieder polieren, wollte ich sagen. Die muss ich wieder aufbessern. So. Wie können eigentlich den ganzen Kuchenquatsch können wir eigentlich verkaufen? Fleisch mit Bohnen? Das Zeugs brauchen wir doch nicht. Da werden wir ja nie satt. Das Bier kann er auch haben. Das kann er haben. Das kann er haben. Das Fest des Käpt'ns. Das behalten wir. Das ist ja fein. Wenn wir die nächste Aufnahmesession starten, dann hau ich mir das hinter die Kiemen. Und dann kriegen wir mehr EP-Punkte. Boah, das ist ja geil. Da noch zwei. Da noch zwei. Da noch zwei. Verstrahltes Blut. Von mir aus. Kann er auch haben. Was hätten wir denn noch? Schrott. Sind wir eigentlich schon wieder leicht genug dann, dass wir die Waffen vielleicht. Hä? Sind Waffen. Achso, da haben wir nur mehr die. Ich tue mal verkaufen. Was habe ich gedrückt? Welche Waffe habe ich jetzt hergegeben, ich Idiot? Nein. Die nicht. So, annehmen. Okidoki. So, sind wir jetzt leichter geworden? Wir haben 7000 Kronkorken. Was mache ich denn jetzt? So. Ja, es reicht. Wir können uns porten. Ich muss leider wieder. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich muss leider wieder. Warte. Äh, was? Was habe ich gedrückt? Ich weiß es nicht. Ähm, also mal porten. Was mache ich da? Ist ja, springen wir es zu Volt. Ich wollte es nämlich zur Farm raufbringen. Habe kurz überlegt. Ist jetzt hier unsere Farm. Und dachte mir, vielleicht können wir daraus was bauen, ne? Äh, aber... Äh. Ich bringe es lieber zu Volt, derweil. Bis die Volt fertig ist und dann den nächsten Schrott können wir ja dort raufbringen. Das ist ja wurscht. So. Beziehungsweise glaube ich, dass wir mit der Insel dort noch lange nicht fertig sein werden. Jojo. 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 Ich bin gespannt, welches Level wir dann am Ende erreichen werden. Ich, ich tippe mal so als, 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 als weit in Zukunft blickend auf 70, Level 70 vielleicht. So, den gesamten Schrott lagern, ja? Sie macht was? Falsch? Nein, nix falsch. Das kommt mal weg. Das brauchen wir daweil nicht. Die tun wir auch weg. Das ist... Da weiß ich nicht. Die tun wir weg. So. Den tun wir daweil weg. Den ziehe ich nicht an, aber ich muss die Rüstung dann dringendlich reparieren gehen. Das hat oberste, oberste Priorität. Hilfsmittelchen, was wir noch haben. Das zum Beispiel, das hier und das und das. Das behalte ich, wie gesagt. Das werden wir dann bei der nächsten Aufnahmesession verwenden. Das tun wir weg. Da können wir bis auf zwei. So, weg damit. Das Meierluckfleisch kommt weg. Den Kuchen lassen wir. Meierluckkönigenfleisch kommt auch weg. Die Mutterbeere kommt weg. Roboterdingen. Das verschmutztes Wasser kommt weg. Das passt schon mal. Diverses. Munition, Inventar, Waffen. Ah, ich habe vergessen, die Äther zu entleeren. Ich bin so doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Wieder einen Blödsinn gemacht. So, weg, weg, weg. Weg, weg. Das auch. Ja. 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 Ich habe jetzt eigentlich nur eine Waffe behalten. Und das bist du. Hm. Die schrott vielleicht noch. Die macht gar nicht so wenig Damage. Und wir haben gar nicht so wenig Kugeln dafür. Die lasse ich vielleicht noch. Die behalten wir. Die behalten wir. Die wird gleich repariert. Hilfsmittelchen. Stimmt. War da noch was? Nein, glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Schrott natürlich. Den gesamten Schrott lagern. Die Mod wird gelagert. Und dann, glaube ich, sind wir schon wieder ziemlich leicht. Waffen? Ach so, stimmt. Da habe ich jetzt zwei. Darum haben wir jetzt ein bisschen mehr Gewicht. Alles gut. So. Noch schnell reparieren gehen. Es tut mir leid. Jetzt müsst ihr euch leider ein bisschen erdulden. Da ging es. Was? Meine Vault. Wo ist meine Vault? Voll verlaufen. So, passt das so. So, mal schnell aussteigen. Das mache ich immer zwischen den Folgen. Oder meistens. Jetzt geht es mir gerade nicht aus. Aber gehört gemacht. So. Reparieren. 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 Und ausrüsten. Nicht kaputt. Wieso, ich habe doch repariert. Naja. So. Reparieren. Und reparieren. Fein. Ja. Verlassen. Und wir steigen ein. Das ist fein. Jawohl. Und dann hauen wir auch schon wieder ab. Und Licht. So. Nix hier weg. So. Noch ein Stückchen. Ich glaube, hier müsste es reichen. So. Und zurück. Zu unseren Miss Jönchens. So. Da. Fahrhaber. Gut. Ja, ja. Es läuft ja gar nicht mehr so schlecht. Finde ich. Wie seht ihr schon? Wir haben ja schon einen Teil der Insel auch schon erkundet. Haben schon den einen oder anderen Ort entdeckt. Jo. Somit ist das mit dem Schnellreißen jetzt auch schon besser. Also ich sehe da jetzt nur Vorteile. Jo. Baunschiga baun. Da dadada da bam bam. Da ba 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 da da ba ba ba. Ba ba da ba ba da da. Ba 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 da. So. Dab 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 dab. Da sind wir wieder. Ein... Danke. Das ist eine ganz, eine seltene und die stärkste im Spiel. Hallo. Ja. Geht's dir gut? Schwierig, eine Königin aufzuhalten. Ich würde gern helfen. Mauer irgendwann stark genug. Boah, wie freundlich. Geht's dir gut? Entschuldigung, ich war ja nur... Hat schon mal eine Königin angegriffen. Schwierig, eine Königin aufzuhalten. Ich würde gern helfen. Mauer irgendwann stark genug. Das ist ja wurscht, ob eine Königin angegriffen hat oder nicht. Ich würde gern helfen. So. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Dicke Wände lösen dieses Masse-Geschwindigkeit-Energie-Problem. Noch gefährlicher ist aber die Säure. Das Einzige, was die Säure einer Königin übersteht, sind andere Myrlox. Die Panzer der Myrlox auf unserer Insel sind besonders stark. Also sammle ein paar Panzer und bring sie hierher zurück. Dann verstärke ich die Siedlung so gut es geht. Kannst du das nicht früher sagen? Myrlox, verstanden. Far Harbor kann froh sein. Kann nichts versprechen. Ich glaub das untere, oder? Far Harbor kann froh sein, dass du das hier alles machst. Ja und nein. Das ist mein Dog, auf dem sich die Leute hier rumtreiben. Also habe ich ein persönliches Interesse. Viel Glück. Danke. Die ist immer so hart. Sie ist so hart. Sie ist so hart. So. Dann gibt es da noch ein paar Leute, die Hilfe brauchen. Ah, da drüben war einer. Da oben besser gesagt. Hallo. Level up. Ja, ich weiß. Schon wieder. Da schläft er. Hallo Captain Avery. Avery, Entschuldigung. Captain Avery, Frau Bürgermeisterin. Äh, ihr braucht Hilfe. Du brauchst Hilfe. Boah, die krallt aus dem Bett. Hilfe. Was hat es mit diesem Ort auf sich? Was gibt es in der Stadt? Muss gehen. Na, Hilfe. Hilfe. Auf dieser Insel ist es nie einfach, um Hilfe zu bitten. Schon gar nicht einen Fremden. Aber ich bin diesen Leuten gegenüber verantwortlich und habe eine Aufgabe für dich, wenn du willst. Außerdem bist du härter, als du aussiehst. Hilfe wobei. Wo liegt das Problem? Hilfe, helfe gern. Verschwendet nicht meine Zeit. Was bitte? Na. Hilfe wobei. Wir kriegen unser Trinkwasser von einem Aufbereiter außerhalb der Stadt. Kurz bevor du kamst, gab es einen schweren Sturm, der die Nebelkondensatoren beschädigt haben muss, die die Straße zum Aufbereiter schützen. Ich habe Howard Dunbar zum Reparieren losgeschickt, aber dann griffen die Meierlurks an. Ich fürchte, sie haben ihn erwischt. Ich hatte gehofft, du siehst es dir mal an. Vielleicht könntest du, falls nötig, die Nebelkondensatoren wieder in Betrieb nehmen. Wenn du willst, verlass die Stadt in Richtung Süden. Wird natürlich bezahlt. Ich würde keinen Fremden bitten, seinen Kopf für uns zu riskieren, wenn nicht auch was für ihn rausspringt. Das ist aber nett. Was sind diese Nebelkondensatoren? Das haben wir schon mal gehört. Brauche ich Werkzeug oder Teile? Ich mache mich auf den Weg. Na, Werkzeugteile. Ich mache Werkzeug oder Teile, wenn ich die Reparaturen selbst durchführen muss. Die Energiemodule der Nebelkondensatoren müssen gewechselt werden, aber Howard hat die einzigen Ersatzteile. So oder so musst du ihn erstmal finden. Alles klar. Ich mache das. Kein Problem. Kein Problem. Das kriegen wir hin. Wir sind nämlich die Guten, die Tollen, die Besten auf der Welt. So. Bisschen herumgeschleimt. So. Hoi, Reka. Führ zu. So. Gibt es denn noch jemanden? Ich glaube, da drinnen war jemand. Der gute Mitch ist da. Das mit dem Meierlöck da in dem Kochtopf ist schon krass, oder? Irgendwie ekelhaft, oder? Naja. Gewisses Essen ist einfach nur Kopfsache, sagt man immer. Hallo Mitch. Hast du die Königin wirklich getötet? Die Seefahrerin hat das behauptet. Belästige sie nicht, Debbie. Ja, hab ich. So sieht eine echt harte Braut aus. Wir haben dich davon alle falsch umgeschätzt. Nun, Captain Avery nicht. Gut. Die tolle Avery hatte recht. Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Ja. Boah, danke. Danke. Das Mindeste, was ich tun kann. Mitch. Ich meine, sie hat den Kapitänstanz gemacht. Vielleicht dein Onkel? Das sind meine Familienangelegenheiten. Ma'am. Mitch ist zu stolz zu fragen. Aber wir alle sind besorgt wegen Onkel Ken. Okay. Was stimmt mit ihm nicht? Will mich nicht einmischen. Alles für die Familie. Stolz wird euch noch umbringen. Was stimmt nicht mit ihm? Onkel nicht. Onkel Ken ist der Letzte, der noch auf der Insel ausharrt. Der Kerl ist verrückter als ein Sack ausgehungerter Maulwurzel. Mitch hat ihm ein paar der... Den Spruch lieben sie. Er könnte also noch am Leben sein. Aber an den Lagerplätzen muss es nur so wimmeln vor Gott weiß was. Hörst du so ungern ich auf Frage? Aber er gehört zur Familie. Würdest du für mich nach ihm sehen? Und eine Möglichkeit finden, ihn hierher zu bringen? Ich bezahle dich natürlich. Na, Belohnung rot. Das passt schon. Was, wenn er nicht mitkommt? Was, wenn er nicht mitkommen will? Dann schau zumindest nach ihm, okay? Die Bezahlung bleibt gleich. Alles klar. Ich suche nach ihm. Er wohnt im alten Besucherzentrum. Aber pass auf. Er lebt seine Fallen. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wo das war. Ja, ich kann es mir zumindest vorstellen. Geht es hier noch weiter? Ja, sicher. Kein Problem. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus. Wenn er schon hier raus will. Oder hier anzeigt, dass er raus möchte. Die Quest will hier raus. Wir sollen hier raus. Ma'am, ich muss mit dir reden. Ich habe 14,5 Kronkorken. Ich will dich anheuern. Mei. Ach, gekum. Ich helfe umsonst. Ich kann vielleicht helfen, aber ich will dein Geld nicht. Es stimmt, was sie über dich sagen. Aber wenn du mir hilfst, zahle ich auch. Haberbewohner gehören nicht auf das Dock hier. Wenn wir hier bleiben, sterben wir. Um stärker zu werden, brauchen wir Land. Von der Segemühle am Ecolake führen Stromleitungen zum alten Windpark. Wenn du die Gegend säuberst, können die Haberbewohner die Kondensatoren reparieren und das Land vor dem Nebel schützen. Woher weißt du das? Du überraschst mich. Du bist bemerkenswert. Sollte besser kein Spaß machen, äh, sein. Was? Woher weißt du das? Mein Vater war Mechaniker. Ein Guter. Bis ihn der Nebel erwischt hat. Verdammt. Du überraschst mich. Du bist bemerkenswert. Ja, das kann man sagen so. Du bist ein ziemlich bemerkenswertes kleines Mädchen. Kann sein. Ich will nur nicht, dass meine Leute auf diesem Pier sterben. Ja, die Belohnung ist ein Witz. Aber wenn meine Leute sich neu ansiedeln können, würden sie sicher alles für dich tun. Und sie würden dir mächtig was schulden. Bitte hilf uns. Ach gemein. Gekum. Ach, wenn so eine kleine Maus. Hä? Toni. Ach, wenn so eine Maus da was sagt, dann kann sie nicht Nein sagen. Die ist verrückt. Was kommst du so? Genau. Börfer. Börter. Die Börter. Da war ja auch was. Jeden Tag verlässt ein neuer Haberbewohner die Insel. Ich kenne niemanden, der den Kapitänstanz gemacht hat. Wohl. Mich. Ähm. Warte. Wo ist denn diese... Warte mal kurz. Nebel zurückdrängen. Wechseln. So. Optional. Hilft dem? Hilft der? Mich. Hilft der kleinen Börter? Ach so. Die ist... Boah. Wie hat er sie genannt? Das ist aber nicht freundlich. So. Dann würde ich mal sagen... Ähm. Womit fangen wir an? Was war jetzt optional? Captain Ivory und die Seefahrerin. Das heißt, den Rumpfdurchbruch machen wir zuerst. Danach... Hm. Den... Den Kerl. Vielleicht ist ja beides auf dem Weg. So. Das machen wir jetzt mal. Aber mich hat sie noch nicht anboden. Ja, natürlich nicht. Alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht, meine Gute. Longfellows Hütte. Da können wir auch mal rüber. Aha, so. Verstehe schon. Was haben wir da? Suche nach Howard. Dings to be. Dann würde ich sagen, wir porten uns mal hierher. Dann sparen wir uns wieder ein paar Meter zu Fuß. Und laufen dann wahrscheinlich wieder den Hügel oder die Klippen rauf. Jo. So, so circa in etwa. Würde ich mal meinen. Wenn wir schon da oben sind, können wir dann den Abstecher, wenn die Zeit noch reicht, können wir noch den Abstecher rüber zu Longfellows Hütte machen. Das ist schon gut, Edda. Schau, ich bin gesund. Alles okay. Du brauchst dir keine Sorgen machen. So leicht nippelt die alte Zockhinde ab. So, wir müssen da lang ungefähr, circa in etwa. Glaube ich. Ich schau nochmal. Ja, alles gut. Also hier lang. Daram, daram. Ein bisschen mit Sprint, damit es ein bisschen schneller geht. Und natürlich rauf auf die Klippen. Warte, irgendwas ist da. Ein Jäger. Meierlöck Jäger. Oh, das passt mir gerade sehr gut. Ich brauche nämlich deinen Panzer, weißt du? Viech. Warte mal. Warum ist da... Da liegt jemand. Das ist gerade nicht gut. Der hat den Umgehen. Der wird mich gleich umnähten. Verdammt. Verdammt. Nein. Warum? Bitte nicht. Aber ich glaube, wir sind noch bei Dings Harbor. Wir waren da gerade dabei, die Quests auszusuchen. Ach, scheiße. Ich habe es zu spät gemerkt. Es tut mir leid. Viel zu spät bemerkt. So, ich war doch gerade dabei, die Quests und so. Ja. Ich bohrte mich jetzt nochmal dahin. Und werde dann sogleich unseren Skillpunkt einstellen. Einlösen. Ja, ich denke mal, im Bereich Schmied oder so irgendwas, ne? Haben wir ja da schon drüber gesprochen. Oder besser gesagt, ich habe das vorgeschlagen. Scheißendreck. Ja. 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 Komm, 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 komm. Lade schneller, mein lieber Ladebildschirm. Danke. Alles gut, Edda. Was wollte ich jetzt? Äh, genau. Skillen. Schwingen. Wieder mal. Rüstmeister würde ich vorschlagen. Oder wir nehmen den Smid. Finalkampfwaffen. Waffenfreak. Das wäre geil. Das machen wir mal. Für bessere Waffen das nächste Mal. Was ist mit 18 Uhr? Keine Ahnung. So. Alles gut. So. Hm. Da müssen wir gleich mal schauen. Hilfsmittelchen. Einen Moment. Entschuldigung, da musste ich kurz husten. Äh, das futter ich mal. Ähm, essen. Und der Wasser atmen. Jaja, das geht mit der Powerrüstung auch recht gut. Äh, da müsste ich mal kochen tun. Ich hätte es weghauen können. Ich Idiot. Naja, passt eigentlich schon, ne? So, da hinten. Also hinter dem Haus. Da ist der Onkel Klaus. Aber der eine Onkel, ne? Nein, nicht der Onkel. Der eine Typ von der... von der Bürgermeisterin, ne? Du schierer Radler. Jawohl. Etta? Wo ist meine liebe Etta schon wieder? Bäm, bäm, bau, 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 bau. Mal verstecken. Ganz kurz. Ah, da ist er. Jawohl. Puh. Chamäleon. Kampfrüstung. Linker Arm. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Alles klar. Wunderbar. So. Hallo. Ne, keine Chance gehabt, wenn das so ein Legendär ist. Nebelkondensatoren selbst reparieren. Ja. Nebelkondensator. Komponente. Ein, drei Stück haben wir davon. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns gleich auf den Weg. Vorher wäre noch schön, irgendwas Kleines zu essen. Äh, nö. Nein. 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 Den Lego anbissen von mir aus. Die Süpe. Das passt dann schon normalerweise. So, das heißt, wir müssen hier rauf. Wieder mal. Eureka, 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 Eureka. Ups, da da. Ja, das ist klar, ne. Wenn die da, ne. Na, wenn die eben angehen, dann ist klar, ne, da kann er nichts mehr machen. Warte, wo müssen wir hin? Noch weiter rauf, oder? Warte kurz, bitte. Ei. Da gibt's drei Stellen. Ui. Da war einer, bin ich schon vorbeigehatscht. Oh, weia. Ähm. Gut, denen muss ich folgen. Oh, weia. Das war nicht so klasse. Das war jetzt nicht so klasse. Jetzt ist die Frage, hä? Wo leidet mich der hin? Darüber. Ah, hier ist es. Hier haben wir's schon. Und reparieren. Sehr gut. Dass sowas funktionieren kann, hä? Klingenkorn. Na, doch, kein Klingenkorn. Einfach nur Gras. Jo, einfach nur Gras. Dann haben wir hier die erste Wasserstelle. Dann können wir doch eigentlich den Weg entlang laufen, normalerweise, ne? Da müsste dann irgendwo der zweite. Ah, da haben wir schon was. So. Der klappt jetzt auch. Und der dritte muss irgendwo da unten sein. Da vorn. Ich seh ihn. Lol. Ich hätte umdrehen brauchen. Ich hätte nur brauchen umdrehen. Mich umdrehen. Na gut. Fertig. Das haben wir jetzt geschafft. So. Müsste eigentlich passen. Weil er nicht richtig läuft, ne? Jetzt, Herr Hammers. Kehre zu Captain... ... ... ... ... ... ... ... Aber zuvor noch... ... War hier noch was, ne? Warte. Taten. Torten. Kehre jetzt hier zurück. Meierlöck-Banzer sammeln. Irgendwie hatten die jetzt keinen Seefahrer. Bla, bla. Was sind die? Wie viel? Onkel Ken. Genau. Den müssen wir jetzt auch noch suchen. Den suchen wir vielleicht zuerst. Onkel Ken. Wo wohnst du denn? Nationalpark. Jawohl. Da waren wir schon. Nationalpark. Das war jetzt falsch, ne? Falsch gesagt. Zu schnell... ... ... beim Wort drüber geschaut, beim Lesen, so. Scheint richtig gesagt. Wollscht. Äh, machen wir gleich. So. E jedenfalls gehen wir uns zum Onkel Ken. Und ja, der hat viele Fallen. Das haben wir schon bemerkt. Hier mal ne Spä... ... ne Mine, dort mal ne Mine, ja. War lustig, als wir das erkundet haben. ... ... So. Das heißt, lieber etwas vorsichtiger, ne? Da rollt schon was herum. Was ist denn das? Ein Ghoul. Schön. Da haben wir sie schon. Ich wollte die gerade entschärfen eigentlich, aber naja. Da hat's einen Fallensteller zerrissen. Jo. Äh, gut. Aber es ist effektiv. Kannst sagen, was du willst. Funktionieren tut's. Da müssen wir rein. Irgendwie. Ach, hier ist er. Mei, bin ich blöd. Hallo Onkel Ken. Siehst du? Siehst du die Leichen da? Die sind von mir. Verzieh dich. Wenn du nicht die lange Reise antreten willst. Äh, du hast sie alle getötet. Neffe macht sich Sorgen. Ganz ruhig. Du bist verrückt. Äh, warte mal. Neffe macht sich Sorgen. Er hat mich geschickt. Milch. Mein Milch schickt dich. Er war schon immer schlau. Hat mir die Nebelkondensatoren geschickt. Damit wir hier atmen konnten. Schön, dass sein Onkel ihm noch was bedeutet. Aber du... Was? Was hast du getan? Sie kommen! Sie kommen! Was kommt? Wie sieht der Plan aus? Zusammenarbeiten kann ich nichts für. Dann lass uns zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Okay. Meine Fallen sind nicht scharf. Meine Verteidigung ist demoliert. Schnell! Schau, was du mit den Vorräten der Werkbank anfangen kannst. Sie kommen... bald! Dann machen wir halt Schutz, ne? Geht da irgendwas? Geschütztürme vielleicht? Naja, tatsächlich. Zwei kleine vielleicht? Vielleicht gehen sich ja zwei kleine aus, ne? Also ich würde mal sagen, wir stellen hier mal einen auf. Dann würde ich sagen, geht hier auf den Tisch was? Naja, aber vielleicht hinterm Tisch. Zwei. Na, nix. Mach. Dann würde ich sagen, hier. Dann würde ich sagen... Falle? Geht sie nicht aus, hm? Da ist was. Tesler, irgendwas. Muss aber mit Strom... ...gemacht werden. Was haben wir da? Sprungfalle. Ich glaube, das mit der Falle haut nicht so gut hin. Geht hier noch was? Zumindest, dass wir... Wir haben keinen. Warte. Wo ist denn da wer? Die Fallensteller. Alter Schalter. Du Kradler. Alter, ich triffst doch ja nix. Ist der Onkel jetzt tot? Na? Da drüben ist wieder so ein Kradler. Der ist hin. Alter. Zum Glück haben wir ihn zur Zusammenarbeit überredet. Sind wir die jetzt los? Irgendwo schießt noch jemand, oder? Da hinten ist wieder einer. Schnell zurück nach Hause. Also rein hier. Komm, lass nach den Dreck. Passt. Passt. Der ist auch hin. Ich glaube, das war's. Ja. Die sind kaputt. Wo ist denn jetzt? Da drüben. Komm, bitte mit. Ich bin überzeugend mitzukommen. Hoffentlich klappt das. Ich bringe dich zurück. Dazu, alter Mann. Ich bitte dich nicht. Ich nehm dich einfach mit. Oh klar. Droh einem alten Mann, du Tallerhech. Ich komme mit. Du hast mein Wort. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Fein. Sehr, sehr gut. Ähm. Geht ihr jetzt alleine, oder? Schaut so aus. Wir tun auf jeden Fall speichern, denn der Part jetzt ist eh schon wieder vorbei. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.